Herzlich Willkommen meine hochverehrten Damen und Herren. Ihnen ist vielleicht nicht entgangen, dass sich auf diesem Kanal leider seit über einem Jahr überhaupt nichts mehr getan hat. Und selbstverständlich werde ich täglich auf meinen sozialen Netzwerken zugespampt mit Nachrichten wie macht mal wieder ein Video, wann kommt mal wieder ein Video, gibt es dumme Saulol noch, was ist los? Nur konnte ich leider bisher aus privaten Gründen nicht darüber sprechen. Jetzt habe ich selbst natürlich gehasst diesen Kanal langsam krepieren zu sehen und ich habe es auch gehasst sie alle so zu vernachlässigen. Jetzt ist aber langsam Zeit, dass ich wirklich mich mal äußern muss und zwar ist es leider einfach so, dass Quietschi von hier weggezogen ist und wir alle überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Trotz allem habe ich es mir nicht nehmen lassen, noch einen richtig großen Stunt zu drehen. Damit ich nicht in Vergessenheit gerate und damit ich mit einem großen Knall abgehe. Dieser Stunt hat es wirklich, wirklich in sich. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, das ist so ziemlich das bescheuertste und blödste, was ich jemals getan habe. Ich kann nur verraten, es hat mit unglaublich viel Urin zu tun, mit einem Prominenten und mit einem sehr hohen Sprung. Das Video wird zwar vollkommen in Englisch gedreht sein, aber für die drei, vier Leute, die tatsächlich kein Englisch können, keine Angst, macht euch nicht ins Hemd. YouTube hat für solche Fälle mittlerweile schon automatisch generierte Untertitel. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass zumindest nächsten Freitag um Punkt 14 Uhr noch ein riesengroßer Stunt von mir veröffentlicht wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr allen mir helft, diesen einen Stunt nochmal ein letztes Mal riesengroß und viral zu machen. Schickt diesen Stunt überall hin, an jeden, den ihr kennt. Verlinkt jeden, liked und kommentiert das kommende Video und belästigt jeden, den ihr kennt mit dieser Geschmacklosigkeit, denn es lohnt sich. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses letzte Video zumindest einmal riesengroß und viral gehen würde, denn ich hätte es verdient. Ich darf mich jetzt schon mal auf eine große Premiere nächsten Freitag freuen. Ich hoffe, Sie alle sind mit am Start. Und mich werden Sie weiterhin auf sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok und Facebook finden. Die Links sind unten in der Beschreibung. Und für das Erste sage ich Cheers! Bis nächste Woche!